Seid mir gegrüßt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein herzliches Hallo an alle neuen Zuschauer. Willkommen im Brickhouse. Diese Motoren sehen erstmal alle ziemlich identisch aus, aber was die Messergebnisse dazu sagen, das schauen wir uns heute an. Viel Spaß dabei. Wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, heute geht es um M-Motoren von den ganzen verschiedenen Herstellern, über die wir ja schon die ganze Zeit sprechen. Morgen kommen die L-Motoren, übermorgen die XL-Motoren und dann nochmal eine Gesamtübersicht. Das heißt, wir teilen das auf drei Videos auf. Das finde ich im Moment am sinnvollsten. So können wir unter jedem Video über die einzelnen Motorenkategorie diskutieren. Wenn ihr das alles in einem Rutsch gucken wollt, dann wartet einfach zwei Tage. Ich werde es so in die Playlist packen, dass YouTube das möglichst intelligent direkt hintereinander abspielt. In den nächsten Videos gibt es auch keine großartigen Erklärungen wie heute. Da starten wir einfach direkt und es gibt einen Verweis auf dieses Video. Das heißt, ihr müsst euch nicht diese Erklärung, die ich jetzt gleich nochmal bringe, dreimal anhören. Heute treten aber erstmal 9 M-Motoren gegeneinander an. 112 Messungen, 72 Ergebnisse kamen raus und ein maximaler Umdrehungswert von 753. Und welcher Motor das erreicht, das sehen wir dann gleich in den Ergebnissen. Bei den M-Motoren treten heute an Blue Bricks Motoren, Kader aus der zweiten Generation, Kader aus der Pro Serie und Lego M-Motoren. Die Tests belaufen sich auf folgende Ergebnisse. Einmal die Umdrehung pro Minute, die aktuelle Leistungsaufnahme, die der Motor zieht. Und dann gucken wir uns ein Rating an, in dem wir die Motoren alle einmal auflisten und gucken nach den besten Umdrehungen, nach der besten Leistungsaufnahme und nach dem besten Gesamtrating. Anhand des Gesamtratings können wir dann später auch die verschiedenen Motorenkategorien miteinander vergleichen und sowas wie den besten Motor am Ende finden. Und kurz vorweg noch ein paar Verbraucherhinweise, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Das seht ihr in einem vorherigen Video. Ich verlinke euch das jetzt gerade da oben. Und denkt dran, das sind hier keine richtigen Laborergebnisse. Ich habe das mit mehr oder weniger haushaltsüblichen Gegenständen gemacht. Ein, man nennt es zumindest so, Labornetzteil und ein Drehzahlmesser. Ja, das ist das Werkzeug, was für dieses Video und für diese Ergebnisse verwendet wurde. Und abschließend, nehmt das Ganze nicht zu ernst. Falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt das gerne in die Kommentare, denn genau dafür sind die Videos da. Wir brauchen ein bisschen Übersicht und Transparenz. Darüber rede ich ja schon was länger. Tauscht euch miteinander aus und alles, was ihr schreibt, versuchen wir irgendwie zusammenzufassen, sodass man es später nachschlagen kann. Starten wir bei den Messergebnissen mit den Bluebricks-Motoren. Davon waren fünf Stück da. Die habe ich alle gemessen. Wir gucken uns jetzt die Umdrehungen pro Minute an und wir sehen, dass wir drei Motoren haben, die relativ gleich auf sind und zwei, die etwas weiter hinten liegen. Also im Schnitt sind wir bei ca. 750 Umdrehungen bei den Bluebricks-Motoren, aber wir haben auch zwei dabei, die bei knapp unter 700 liegen. Das teilen wir gleich in zwei Gruppen auf. Sozusagen einmal Bluebricks-Motoren plus, Bluebricks-Motoren minus. Die mit plus sind die etwas schnelleren, die mit minus etwas langsameren. Wieso wir das Ganze in zwei Gruppen aufteilen, gucken wir uns jetzt in diesem folgenden Diagramm an. Dort sehen wir nämlich auch drei Bluebricks-Motoren, die weniger Leistungsaufnahme haben als die anderen beiden. Und zwar hier mit einem gewaltigen Unterschied von über einem Watt. Das ist darauf bezogen, dass die drei Bluebricks-Motoren zum Teil nur 1,6 Watt benötigen, schon eine ganze Menge. Etwas mehr in Zahlen ausgedrückt, zwei Fünftel mehr Leistungsaufnahme. Und wir können im Vergleich auch direkt sehen, das sind die gleichen Motoren, die auch eine geringere Drehzahl haben. Das heißt, eine höhere Leistungsaufnahme und eine geringere Drehzahl. Das könnte jetzt zum Beispiel für Qualitätsprobleme sprechen. Zum Beispiel ein Bauteil innerhalb des Motors, welches nicht qualitativ so hochwertig ist, wie es sein sollte. Und somit die Drehgeschwindigkeit hemmt und gleichzeitig die Leistungsaufnahme nach oben schnellen lässt. Das sind aber jetzt nur Vermutungen. Nur was anderes fällt mir dazu jetzt ehrlich gesagt nicht ein. Wenn ihr eine andere Idee habt, woran das liegen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Leider fällt das aber auch sehr negativ auf, denn dadurch wird das Ganze eine gewisse Wundertüte. Jetzt wäre es spannend, noch ein paar mehr Motoren zu haben, um zu sehen, ob sich alle Motoren in diese beiden Kategorien einordnen oder ob wir noch mehr Qualitätsunterschiede haben. Denn die Unterschiede in den Ergebnissen können nur durch Qualitätsunterschiede bei der Fertigung entstehen. Ich habe bei den Messungen alles mehrfach nachgeprüft, um zu gucken, ob ich da irgendwo Probleme bei der Messung habe. Nein, diese Motoren geben genau diese Messwerte wieder. Führen wir das Ganze aber auch mit den M-Motoren der anderen Hersteller noch zusammen. Ich habe da zwei Lego-M-Motoren, die auch von der Drehzahl her eine ähnliche aufweisen. Einen Kader-M-Motor aus der zweiten Generation, der ist etwas langsamer. Und einen Kader-M-Motor aus der Pro-Serie, der findet sich eher bei den Bluebricks-Motoren wieder. Außerdem seht ihr jetzt die ganzen Bluebricks-Motoren in zwei Kategorien eingeordnet. BBM Plus und BBM Minus. Die Umdrehung alleine hilft uns aber jetzt noch nicht, um die Motoren in irgendeinen Kontext zu setzen. Außer ihr sagt, ihr braucht unbedingt einen ganz schnellen Motor, dann könnt ihr jetzt einen Bluebricks oder einen Kader-Pro-Motor nehmen. Trotzdem ist ja interessant, was die Leistungsaufnahme dazu sagt. Und die gibt uns ein weiteres Bild zu den Motoren. Wir sehen natürlich jetzt nochmal die Leistungsaufnahme im Schnitt der Bluebricks-Motoren. Dagegen fällt die von Lego sehr, sehr gering aus. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, wir haben nur ca. die Hälfte der Umdrehung bei den Lego-Motoren. Bei dem Kader-Motor der zweiten Generation ist das so ein Thema. Die waren sowieso etwas leistungshungriger und haben keine so hohe Drehzahl. Das heißt, so wirklich effektiv sind die nicht. Und bei dem Kader-Pro-Motor haben wir auch eine sehr, sehr hohe Leistungsaufnahme. Ob die im Verhältnis zu den Umdrehungen pro Minute steht, das müssen wir uns dann gleich im letzten Diagramm noch angucken. Denn eine mehr als doppelt so hohe Leistungsaufnahme im Vergleich zu den Lego-Motoren heißt ja nicht, dass wir auch Minimum das Doppelte an Umdrehungen pro Minute haben. Und daher müssen wir jetzt auch einmal ins Rating reingucken. Ganz einfach gesagt, wir gucken uns an, wie viele Umdrehungen schafft der Motor mit einem Milliwatt. Das klappt natürlich praktisch nicht. Bei einem Milliwatt würde der Motor sich wahrscheinlich kein Deut bewegen. Aber für uns ist es ein Referenzwert, um die verschiedenen Motoren vergleichen zu können, sozusagen in einem Rating. Und da sehen wir, die besseren Bluebricks-Motoren kommen auf einen Wert von 46, die schlechteren nur auf 25. Das heißt, da haben wir fast 25% Leistungsunterschied. Das ist eine ganze Menge und deswegen habe ich vorhin von einer Wundertüte gesprochen. 25% Leistungsunterschied macht schon eine ganze Menge aus. Vor allem, wenn ihr zum Beispiel einen schweren, großen Mock baut und der sich dann vielleicht nicht ganz so bewegt, wie er sollte. Noch schlimmer wäre es wahrscheinlich eher, wenn ihr einen besseren und einen schlechteren Motor habt, die zusammen aber eine Funktion zum Beispiel, das Fahren ausüben sollen. Und dann muss der stärkere Motor permanent den schwächeren Motor hinterherziehen. Vielleicht habt ihr das auch in einem Kettenfahrzeug. Dann könnte es sein, dass dieses Kettenfahrzeug permanent im Kreis fährt, obwohl ihr es gerade ausfahren lässt. Diese ganzen Gedanken kommen dabei zustande. Und ich würde mir wünschen, dass Bluebricks da ein bisschen mehr Qualitätskontrolle macht. Das haben wir auch schon bei der Achsaufnahme gesagt oder bei der Qualität des Steckers mit den Noppen oben drauf. Die Motoren haben sehr, sehr viel Potenzial. Und im Rating sehen wir auch, dass die ganz oben on top mitspielen können. Dafür muss die Qualität aber konstanter sein. Bei den Lego-Motoren haben wir auch ein bisschen Unterschied. Insgesamt 8%. Das ist aber, finde ich, okay. Die Lego-Motoren sind ja auch alle etwas älter. Die sind nicht alle neu gekauft. Das heißt, der eine Lego-Motor kann theoretisch auch 2, 3, 4 Jahre älter sein. Und dann wäre es auch absolut üblich, dass ein Motor Leistungseinbrüche verzeichnet. Der Kader-Motor aus der zweiten Generation, naja gut, das ist halt eben der schlechteste hier in der Kategorie. Und beim Kader-Pro-Motor sehen wir jetzt, was das bedeutet. Der hat eine hohe Drehzahl mitgebracht, aber eben auch eine sehr hohe Leistungsaufnahme. Und kommt deswegen im Rating auch nur auf 29%. Spielt also nur in der unteren Hälfte mit. Definitive Spitzenbewertung hat der Lego-Motor. Er hat zwar nicht die höchste Umdrehung, aber dafür eine sehr geringe Leistungsaufnahme. Und das im Verhältnis macht immerhin ein Rating von 52%. Jetzt könnt ihr an der Seite nochmal kurz die Motoren absteigend ihres Ratings euch anschauen. Für spätere Ratings werden wir die Motoren weiter in die Herstellergruppen zusammenfassen, damit es etwas übersichtlicher bleibt. Gucken wir uns noch eine letzte Darstellung zu dem Thema an. Wir sehen jetzt einmal immer den ersten Platz, den zweiten Platz und den letzten Platz von den Kategorien Umdrehungen pro Minute, der Leistungsaufnahme und der Bewertung. Da sehen wir ganz klar, die höchste Umdrehung haben die Bluebricks-Motoren, zumindest die aus der Plus-Gruppe. Bei der Leistungsaufnahme sind die Lego-Motoren im Schnitt mit 825 mW am leistungsärmsten oder am leistungsschonendsten. In der Gesamtbewertung sind auch die Lego-Motoren im Schnitt mit 47% am besten dabei. Wenn wir das mit Platz 2 vergleichen, können wir mal bei der Leistungsaufnahme sehen, da haben wir insgesamt 653 mW zum nächsten Platz. Das ist in dem Fall der Kader-Motor aus der zweiten Generation. Und die Zahl 653 ist gar nicht mehr so unrelevant, weil das sind 75% mehr mW an Leistungsaufnahme vom Lego-Motor zum Kader-Motor aus der zweiten Generation. Also fast schon das Doppelte. Da sieht man auch ein bisschen, wie unterschiedlich die Motoren dann doch im Innenleben sein müssen, um auf solche Werte zu kommen. Am schlechtesten haben ja die Blue-Brix-Motoren aus der Minus-Gruppe abgeschnitten und da haben wir einen Unterschied von 1909 mW, also fast 2 Watt, was gut das Dreifache ist von der Leistungsaufnahme der Lego-Motoren. Das ist schon ein sehr massiver Unterschied. Beim Rating sehen wir, dass die Lego-Motoren und die Blue-Brix-Motoren aus der Plus-Gruppe sehr, sehr dicht beieinander sind. Ein Prozent Unterschied. Am schlechtesten hat ja auch da der Kader-Motor aus der zweiten Generation abgeschnitten. Auch da gerade mal die Hälfte vom Lego-Rating oder vom Blue-Brix-Rating. Diese Ergebnisse zeigen uns in erster Linie, wie die Motoren grundlegend von der Charakteristik arbeiten. Das heißt eine hohe Drehzahl oder sehr leistungsoptimiert mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Das kann bei den Messungen auch wieder ein bisschen anders aussehen, denn die Leistungsaufnahme steigt nicht konstant mit der Belastung, sondern verhält sich mehr wie eine Kurve. Und ob die Kurve eher so geht oder so, das werden wir uns dann in weiteren Videos auch noch angucken. Mindestens zwei Belastungsvideos gibt es dazu noch. Bevor wir zum Ende kommen, kurz in eigener Sache. Wenn euch diese Videos gefallen, ihr nützliche Informationen dabei findet oder euch die Videos einfach so auch unterhalten, hinterlasst auch gerne eine positive Bewertung. Es freut mich sehr zu sehen, wenn die Arbeit an diesen Videos so gewertschätzt wird. Vielen Dank. Kurzer knackiger Abschluss. Das waren heute die M-Motoren. Morgen kommen die L-Motoren dran und übermorgen dann XL-Motoren und dann nochmal eine große Gesamtübersicht. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.